So friends, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute seht ihr ein Arena-Gameplay und ein ganz besonderes Arena-Gameplay. Ich war dann nämlich in Kosovo. Der ein oder andere hat es in meiner Insta-Story gesehen. Ich war zwei Wochen in Kosovo, bin jetzt wieder zurück. Aber das habe ich in Kosovo aufgenommen im Level-Up in Vistin. Ihr habt leider keinen Gaming-Sound, weil der Gaming-Sound irgendwie gespackt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr einfach ein Beat und das Gameplay war ganz nice. Ich habe Solo vs. Duos gewonnen im Arena-Modus. Wichtige Ankündigung Leute, ich will einen 12-Stunden-Livestream machen zur Feier der 10.000 Abonnenten. Danke auf jeden Fall dafür. Da werde ich mit Abonnenten zocken, 1v1s machen, Duos spielen mit Abonnenten und wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.